Lebensblüten, Erinnern, Lächeln, Verschenken Mohnblumen, die liebe ich, weil die wachsen überall, die sind irgendwie ganz hart im Nehmen, die finden überall ihren Weg durch und sei der Boden irgendwie noch so unter den widrigsten Umständen wachsen und gedeihen die und sie sind wunderschön, haben eine total kräftige Farbe und symbolisieren für mich eigentlich ganz, ganz viel Positives, Schönheit, Härte, Stärke, Durchsetzungsvermögen, ja, deshalb mag ich Mohnblumen. Wo mir eine Mohnblume zuletzt begegnet ist. Mitten im Asphalt, unglaublichsten Stellen, also wo man gar nicht damit rechnen würde, dass etwas wachsen und gedeihen kann. Wir waren in Südtirol auf Urlaub, mein Mann und ich und ich habe ihm die Mohnblume gezeigt und er weiß eigentlich immer, wenn wir irgendwo hinkommen und wir Mohnblumen sehen, dass ich begeistert bin, weil ich das einfach gern habe. Also schöner eigentlich als jeder Blumenstrauß, den man mir schenken könnte, der irgendwie vom Floristen kommt. Ja, es ist so eine ganz simple Mohnblume, die auch in der Natur wachsen kann, die müssen wir gar nicht pflücken, sondern einfach stehen lassen. Also der Anblick selber, der fasziniert mich bei Weitem mehr, als jeder Floristenstraße. Lebensblüten Lebensblüten Erinnern Lächeln Verschenken Verschenk Untertitelung des ZDF, 2020